ja willkommen zum nächsten opening ich habe wieder ein paar kisten bekommen wir machen diesmal aber nur 10 auf und hat diesmal ein bisschen länger gedauert weil man immer länger braucht um das neue level zu erreichen ja ich würde sagen dann machen wir einfach mal los mit der ersten kiste und go wo ein epic gleich am anfang ein winston emote epic winston emote aha und ein icon duplicate moment kriegte jetzt ach da krieg punkte für na gut und das hatte ich auch noch nicht okay naja also man kann sachen doppelt bekommen da kriegt man dann irgendwie kleinen anteil davon oder die hälfte als currency gutgeschrieben was ein bisschen blöd ist weil braucht man dann unterm strich länger um alles zu bekommen so wir haben noch ein epic eine ein tracer highlight intro und das ist ein guter nice so nächste kiste was das kann auch sagen egal normale kiste drei sprays und mercy skin okay wir sind ja jetzt anders als der normale auch wurscht vielleicht in der nächsten kiste es gibt einen sehr guten mercy skin den ich haben will der wird hier nicht dabei sein weil ich glaube das ist ein legendary victory pose spray noch ein icon eine voiceline na gut das ist einmal hier äh icons voiceline sprays naja go nächste kiste mensch jetzt will ich mal wieder in der richtige kriegen hier ja also man sieht hier ich habe ein doppeltes die voiceline hatte ich schon wirklich fünf währung für naja also wenn sie mir gleich nichts geben können uh legendary nice der junk red skin der ist richtig geil das ist ein strohballen als rad und hoffen weißes sprays nice noch ein legendary das ist richtig geil okay so drei kisten haben wir noch zwei epics und das ist einmal geld und ein soldier skin okay sieht nicht so episch aus aber was auch immer eine victory pose für symetra hm ich würde echt gerne noch ein legendary kriegen komm schon drei res holy shit eine victory pose wie viel geld ist denn das 50 na gut äh ein spray und einen doppelten lucio skin naja so zur letzten kiste ich hoffe ich krieg den legendary mercy skin komm schon oh das ist nicht so legendary und schon wieder ein dupli 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 ah spray mhm noch ein icon und ein haufen weißes sprays na gut ne die nehmen wir jetzt nicht auf vielleicht kann ich euch zeigen welchen skin ich meine noch bevor wir das video beenden also ich glaube der ist es oder? ne find ich's war das der? ich dachte der sah anders aus ich glaube es war der ähm der wir werden sehen jetzt hab ich erstmal den hier und der sieht nicht viel an der sieht schlechter aus als der normale ja das passt ja wo wir haben spray bekommen äh ok na gut hat diesmal nicht sollen sein dann sag ich mal bis zum nächsten mal und danke fürs zuschauen hat rein Ciao 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 Bye That ist천 感'll c ersatz